Das war Mitte der 90er, als wir alle noch ein bisschen jünger waren. Oder manche vielleicht von unseren Zuschauern noch gar nicht da. Aber Could It Be Magic hieß der Song. Jetzt haben wir die drei Jungs, die ja inzwischen schon Männer, also... Ich sage nichts Falsches. Die gut aussehenden Männer im besten Alter sind ganz exklusiv zum Interview getroffen. Und sie haben erzählt, wie sie den Mega-Erfolg von damals heute konservieren wollen. Die sind im besten Alter. Konservieren ist gut. Im besten Alter. Und jetzt kommen wir zu einer Nachricht heute Morgen. Ich würde schreien, aber als Frau im mittleren Alter macht man das vielleicht nicht mehr so gut früher. Auf alle Fälle, die Fans macht diese Nachricht glücklich. Take that, das ist die Boyband der 90er, ist jetzt mit ganz neuer Musik zurück. Neues Album im November, 33 Jahre nach dem hier.